Herzlich Willkommen zu dieser Konzerteinführung im Rahmen von Planet Chamber Music. Sie bezieht sich auf das Konzert von Dimitris Mirnov und Jan Schulz, das den Titel «Fantasie» trägt. Denn das Programm besteht aus drei Fantasien für Violine und Klavier, zwei aus dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts von Friedrich Theodor Fröhlich und Franz Schubert und eine aus der Mitte des 20. Jahrhunderts von Arnold Schönberg. Was versteht man unter dem Wort «Fantasie» als musikalischen Gattungsbegriff? Die Bedeutung hat sich im Laufe der 500 Jahre, in denen dieses Wort gebraucht wurde, ein bisschen verändert. Aber wenn wir mal anhören, was so in einem Lexikon zu Beginn des 19. Jahrhunderts steht, dann gilt das ungefähr bis heute. Ich zitiere. «Fantasie, so nennt man das durch Töne ausgedrückte und gleichsam hingeworfene Spiel der sich ganz überlassenen Einbildungs- und Erfindungskraft des Tonkünstlers. Ein völlig subjektiver Gefühlsausdruck aus dem Stegreife, bei welchem sich der Spieler weder an eine bestimmte Form und Gattung, noch an eine Haupttonart, weder an ein bestimmtes Tempo, noch an einen festen Charakter bindet, sondern seine Ideenfolge bald in genau zusammenhängenden, bald in locker aneinandergereihten, melodischen Sätzen darstellt. Heute würden wir das wohl eine Improvisation nennen. Und das Lexikon fährt dann fort. Man gibt aber auch den Namen Fantasie wirklichen, ausgesetzten, das heißt notierten, Tonstücken, in welchen sich der Komponist weder an eine bestimmte Form, noch an eine genau zusammenhängende Ordnung, der Gedankenfolge und dergleichen bindet, sondern sich in wahrhaft ungebundener Freiheit die mannigfachste poetische Lizenz gestattet. Und Karl Philipp Emanuel Bach in seiner berühmten Unterweisung schreibt, »Die Fantasie ist zudem besonders geeignet für das Sprechende und für das hurtig Überraschende von einem Affekt zum anderen wechseln.« Dann meint einer der Verleger von Franz Schubert, Franz Hüther, 1825, »Die Fantasien sind brillante Kompositionen von nicht zu großem Umfang.« Von den drei Fantasien unseres Programms entspricht diesen Beschreibungen am ehesten die Komposition von Arnold Schönberg. Schubert's Werk ist alles andere als eines von geringem Umfang, dauert es doch ungefähr 25 Minuten. Und im Großen wie im Kleinen orientiert es sich doch immer wieder an bestimmten Formen. Und das Stück von Fröhlich ist eigentlich eine Sonate in zwei Sätzen, wo man ein bisschen schauen muss, warum er es überhaupt Fantasia nennt. Nun wollen wir die drei Werke ein bisschen näher anschauen. Friedrich Theodor Fröhlich dürfte vielen Zuhörern unbekannt sein. Deswegen erlaube ich mir, einige Blicke auf seine Biografie zu werfen. Friedrich Theodor Fröhlich ist sicher der bedeutendste Schweizer Komponist aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er ist 1803 geboren, sechs Jahre jünger als Schubert und sechs Jahre älter als Mendelssohn. 1836 hat er sich, 33-jährig, selbst das Leben genommen. Er zerbrach am Widerspruch zwischen den hohen Idealen, denen er nachstrebte, und dem Widerstand, der diesen äußerlich in dem kleinbürgerlichen Milieu, in dem er lebte, und innerlich in einer gewissen persönlichen Charakterschwäche entgegenstammt. Er steht am Übergang von einer Kultur, die noch vom Adel getragen war, zu einer Musikkultur, die nun vom Bürgertum getragen wird. Er stellte sich bewusst in diesen Umstellungsprozess hinein und er versuchte, durch entsprechende Bildung und Erziehung der bürgerlichen Schichten diesen Kulturwandel mitzugestalten und zu fördern. Sein großes Vorbild war Hans-Georg Negeli, dem er während seiner Gymnasialzeit in Zürich persönlich begegnete und der durch die Einführung eines qualifizierten Musikunterrichts an den Volksschulen und durch eine breite Chorbewegung für Erwachsene diese Umwandlung des Kulturlebens zu fördern versuchte. 1826 bis 1830 ist Fröhlich in Berlin, macht dort die Bekanntschaft mit Negelis Vorbild, mit dem Komponisten Karl Friedrich Zelter, dem Freund von Goethe, der dort die europaweit berühmte Sing-Akademie für Erwachsene leitete. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz, nach Aarau, fröhlich war Aargauer, trat er in den Schuldienst ein, unterrichtete an der Volksschule, war Privatmusiklehrer und gründete den Aargauer Gesangsverein mit dem er anspruchsvolle Werke in guten Aufführungen zur Aufführung brachte. Das Ziel einer allgemeinen Volksmusikkultur zum Zwecke der Menschenbildung, diesem Ziel ist der grösste Teil seines Schaffens gewidmet. Es besteht aus weltlichen und geistlichen Chorwerken von einfachen Kanons bis zu grossen oratorischen Werken mit Solisten, Chor und Orchester. Sein instrumentales Schaffen ist demgegenüber quantitativ kleiner, qualitativ aber mindestens auf demselben Niveau. Es besteht aus einer leider fragmentgebliebenen Symphonie, einiger Kammermusik und Klaviermusik. Fröhlich war weitgehend Autodidakt. Er hatte wenig geregelten Unterricht. Das erlaubte ihm, seine genialische Ader ungestört auszuleben. Er ist in vielem seiner Zeit weit voraus, mindestens schon bei Schumann oder noch weiter. Umgekehrt war er von Natur aus wenig selbstkritisch, er hielt wenig Korrekturen und so ist die Qualität seiner Werke manchmal sehr unterschiedlich. Seine Fantasia ist eigentlich eine zweisätzige Sonate, ein erster Satz in F-Moll und ein zweiter in F-Dur. Dem ersten geht noch eine langsame Einleitung voraus und er gliedert sich eigentlich wie ein Sonatensatz in eine Exposition und eine Reprise, nur fehlt die Durchführung dazwischen. Der zweite Satz ist ein Scherzo mit einem Trio, die eigentlich ganz konventionell gebaut sind. Warum nennt fröhlich dieses Stück denn noch Fantasia? Es sind verschiedene Elemente. Zum Ersten, es besteht ein extrem krasser Gegensatz zwischen dem ersten und dem zweiten Satz. Sie stehen sozusagen unvermittelt nebeneinander und beziehen sich nur dank ihrer Gegensätzlichkeit wie zwei Magnetpole, gegensätzliche Magnetpole aufeinander. Wir finden ähnliche Beispiele bei Beethoven in seiner Sonata Quasi una Fantasia. Also die Vorstellung, dass es eine Sonate sein könnte, wo nun eine übergeordnete Beziehung der Sätze, ein durchgehender, konstruktiver Ansatz vorhanden sein sollte, der liegt diesem Werk nicht zugrunde. Auch die Detailstruktur der Sätze ist anders angelegt. Nicht auf eine große Architektur, sondern sozusagen nur dem einzelnen Moment verpflichtet. Es sind kurze Gedanken, die umkreist werden. Sie werden nicht unbedingt jetzt entwickelt, verarbeitet, sondern sie werden höchstens unterbrochen durch manchmal so Ausbrüche, fast kadenzartig, fast improvisiert und dann kommt ein nächster Gedanke. Ein weiterer Gesichtspunkt ist das Ausbalancieren der Proportionen. Die einzelnen Abschnitte des Werkes, die einzelnen Teile und Sätze sind sowohl in ihrem Gehalt wie auch in der äußerlichen Länge nicht in harmonischen Proportionen. Sie sind vielmehr sozusagen ein relativ rücksichtsloses Hingegebensein den einzelnen Stimmungen, die in den Sätzen zum Ausdruck kommen. Ein weiteres Element, das schon weit in die Romantik hineinweist und das eigentlich auch nicht zu den traditionellen Formen gehört, ist die Vieldeutigkeit, die fröhlich gewissen Erscheinungen zu geben versucht. Das möchte ich jetzt an konkreten einzelnen Beispielen zeigen, so dass wir am Schluss vielleicht besser verstehen, warum dieses Werk doch eine Fantasie ist. Das Werk beginnt mit dem folgenden Klang, der eine gewisse Offenheit und Uneindeutigkeit hat. Normalerweise würde der so weitergehen. In dem Stück von Fröhlich wird das noch ein bisschen intensiviert im Ausdruck, dramatisiert und in einem sehr, sehr langsamen, ruhigen Tempo gehalten. Das wäre eigentlich das Normale. Und nun hat Fröhlich die Idee, ganz anders weiterzugehen. Er moduliert dadurch von seiner Ausgangstonart F-Moll nach Gestur. Das ist eine viel dunklere Tonart, sie hat mehr Bs am Schlüssel, ist aber eine Duo-Tonart. Gegenüber F-Moll kennen wir sie vor allem aus folgenden, in der Oper seit dem 17. Jahrhundert oft verwendeten Wendungen. Schmerz, Verzweiflung, Trauer, was auch immer da in der Oper eine große Rolle spielt. Und in dieser Tonart, Da sind wir geladen. Ich spiele diese Einleitung des Klaviers nochmals und dann wird die Violine in diese ganz neue, düstere, obwohl es dur ist, aber doch düstere, Gestur-Stimmung einsetzen. In diesem Klang setzt nun die Geige ein, Solo mit einem kleinen, melancholischen, fast resignativen Motiv. Aus diesem Motiv heraus entwickelt sie nun eine freie, kadenzartige Improvisation, die aber am Schluss wieder in diese traurige Stimmung endet. Dieser Ablauf, Akkordfolge des Klaviers, das überraschend in eine neue Tonart geht, kadenzartige Antwort der Violine, erfolgt dreimal. Und im Laufe dieser drei Male sinkt fröhlich mit den Tonarten aus der bereits dunklen Tonart F-Moll in immer dunklere Tonarten hinunter. Wenn F-Moll vier B am Schlüssel hat, dann ist er mit Gestur schon bei sechs B. Dann beginnt er in B-Moll mit fünf B und landet in Zestur, das würden wir lieber als H-Dur schreiben, schon bei sieben B. Er fährt fort mit Zes-Moll. Er schreibt es zwar nicht so, aber es ist Zes-Moll, zehn B am Schlüssel und landet am Ende in Desestur, das kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen, mit zwölf B. Das ist so düster und so dunkel, dass man sich fragt, wie komme ich aus diesem finstern Loch noch heraus? Zum Glück ist Desestur dasselbe wie C-Dur und dann ist man mit einem Sprung schon wieder in F-Moll und jetzt kann der eigentliche Satz beginnen. Er beginnt folgendermassen. Es sind zwei kurze Gedanken, die so enden, dass man eigentlich den Eindruck hat, das war das Ende eines Stückes, nicht der Anfang. Wie soll daraus noch ein ganzer Satz entstehen? Ausdruck einer resignierten, sehr traurigen, wehmütigen Stimmung. Zum Glück ist das nicht die Originalversion von Fröhlich. Fröhlich selbst hat den letzten Akkord verändert und macht einen sogenannten Trugschluss, der alles offen behält. Dadurch kann er fortsetzen. Wir hören diesen Trugschluss. Durch diese Öffnung kann er nun noch weiter gehen und der nächste Einschnitt endet, wie man sagt, halbschlüssig. Er verlangt wieder eine Fortsetzung. Und so setzt sich nun der ganzer Satz, Satz fort, er bringt immer kleine Motive, die zu einem Ende kommen könnten und dann werden sie aufgerissen am Ende und es fließt weiter und es fließt weiter und es fließt weiter, aber eigentlich geht es immer nur um kleine Gedanken. Und der Hauptgedanke kommt gar nicht am Anfang des Satzes, sondern er kommt in der Mitte, beiläufig so einmal, eine wunderbare Melodie, aber die ist nur so en passant. Also wir sehen, es ist nicht ein abgeschlossenes Gebilde, nicht ein Gebilde, das aus klaren, zueinandergestellten Teilen zusammengesetzt ist, sondern ein Strom, der sozusagen suchend und tastend sich fortbewegt und nur am Ende vor der Coda endlich eine Kadenz macht und dann wird nur noch sehr traurig Abschied genommen. Dem steht als riesiger Kontrast der zweite Satz gegenüber. Er beginnt fast ordinär mit einem fröhlichen, marschartigen Thema. Plötzlich geht das aber in einer anderen Taktart weiter. Also müsste Fröhlich eigentlich einen Taktwechsel notieren, von einem Geraden zu einem Dreiertakt. Fröhlich macht das nicht, sondern notiert alles im Dreiertakt. Dadurch wird dieses marschartige Thema plötzlich unsicher. Es steht nicht mehr wie ein fester Marschritt auf dem Boden, sondern es ist ein bisschen auf einem Moorboden beweglich geworden und dann kommt die Violine mit kleinen Einwürfen hinein und alles wird unsicher. Fast verwirrlich. Und in der Weise geht nun der ganze Satz weiter bis zum Trio. Das bringt dann eine gewisse Klarheit, eine lürische, elegische Stimmung und dann kehrt das Scherzo wieder und alles bleibt so doppeldeutig. Fast ein bisschen unwirklich manchmal. Das heißt, fröhlich geht es darum, dass jetzt diese Lustigkeit fast des Satzes eine Doppelbödigkeit kriegt. Dass es wie in der Romantik üblich noch eine zweite oder vielleicht eine dritte Schicht darunter gibt, die nicht direkt ausgesprochen wird. Und das gehört ganz wesentlich zu der Epoche der Romantik und das gehört auch zum Wesen der Fantasie. Dass man nicht weiß, wo noch was lauert, das plötzlich auftauchen kann, das plötzlich eine neue Welt eröffnen kann. Von daher ist es vielleicht verständlich, dass auch dieser Satz zu einem Gebilde hinzugenommen wurde, das letztlich Fantasia genannt wurde. Ich danke den Musikern für das Spielen der Beispiele. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass diese Einführung Sie doch ein wenig auf das Stück eingestimmt hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Aufmerksamkeit.